Aufnahme live! Würden Sie wohl, würden Sie gerne Pilonen kaufen? Pilonen? Ja, Pilonen. Ich habe Ihnen auch eine grössere Arbeit, oder noch eine grössere, oder noch eine grössere. Oder ich kann auch einfach Sie grösser machen. Hallo, Süd. Also, wenn Sie wünschen, könnte ich auch sehr klein machen. Ich sage mal, mann, unrealistisch. Also, guten Morgen, guten Mittag. Halt sie ins Mund. Also, Cedric, was ist das hier? Erklär es mal. Wir sind hier in einem Spiel, das heisst Superblimel. Das Spiel macht viel mit Sinn. Und auch mit der Physik. Es hat eigentlich eine andere Physik, die wir kennen. Bei mir nämlich jetzt hier, das sind so Aktenschränke in dieser Grösse. Wenn wir jetzt so einen Aktenschrank nehmen, dort vorne halten, erscheint er ja für uns in unserer Sicht grösser. Ist er eigentlich nicht. In diesem Spiel ist er auch grösser, wie man sieht. Man kann genauso gut den Aktenschrank nehmen, gegen eine Wand laufen. Dann erscheint er klein. Tatsächlich nicht. Der Aktenschrank ist klein. Sondern auch... Der Schwanz. Man kann genauso gut eine Soda nehmen, die einfach durch den Boden geht. Also, soll ich dir doch mal sagen, dass wir hier eine Mission annehmen? Oder sieht das aus? Genau, da kann man eine Mission annehmen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Mainz an und spielen es dann durch, oder? Ja, ja. Let's go! Wow! Wieso bist du so hoch? Wie soll ich mich schreiben? Ich muss unterschreiben. Okay, ich kann unterschreiben. Jetzt musst du noch unterschreiben. Hast du auch unterschrieben? Ja. Gut, also dann gehen wir. Hey, halt, hör auf! Alles noch normal bis jetzt. Ausser, dass wir komisch unterschrieben haben. Hier haben wir schon die ersten. Hier haben wir unsere Kollegen. Schau, schau, schau! Oh mein Gott, das ist der Bob. Ja, ja, ja. Du bist rot bei mir. Den holst du jetzt. Oh, oh. Der Turm. Der schiefen Turm von Pisa. Es gibt aber ganz viele. Schau mal, wenn ich das in der Hand halte, wie das so ein Hologramm bei dir macht. Ja, das ist es. Terms of Service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to... Hallo, lohnt doch da. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids. Our interactive, lucid induction dream states... Also, dann geht es hier weiter. Wir haben hier einen Knopf. Ähm... Ja, danke für den Knopf. Tschüss. Even back. Ja, komm. Ja, komm. Hallo, herruf. Wenn es übrigens so aussieht, dann ist es gerade so, dass er mich herumtreibt. Exakt. Also, äh... Ja, jetzt musst du mich hochlaufen. Geht nicht. Komm da nicht zurück. Ja, was mache ich denn? Nein, jetzt ist ja... Du musst so einen... Ach, lass es nicht gehen. Danke, danke. Oder irgendwie, von eins bis zehn, wie ist dein Gehirn bis jetzt auseinandergenommen? Confirm. You can move from... Oh Gott. Okay, jetzt ist es gerade auseinander. Ja, das ist... Das ist so viel, ich nehme jetzt gerade auch. Please note that I am the standard orientation protocol. Wir nehmen auseinander, dass du einfach eine Schachfigur bist. Wir nehmen auseinander, dass die Frau die ganze Zeit am Labern ist. I do not care. Ja, ich auch nicht. OOOOOOOH! Also, Figur. Figur. Warte schon. Hey, hallo! Haha! Ja, das nehme ich wieder. Danke. So, und wei. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Herrschlein. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, lepf ihn mal hoch. Es geht nicht nach 20. Hey. Ja, das geht gut. Ja, das geht gut. Das nennt man effektiv Produkte herstellen. Hey, die Uhrzeit ist ja fast akkurat, nur dass es nicht 12 ist, sondern nur 1. Nicht reden, wenn sie ist, nicht reden. Die restlichen Orientation-Aktivitäten Also, riesen Block, noch grösseren Block Noch grösseren... ...Block weg ist er jetzt Du hast ihn noch Nein, ich kann ihn nicht Oh, steht! Er ruft! Ich kann dich mal länger Hau ab Peace Maus Oh, nicht wahr Mann Ist doch nicht der Herr, Mann Jetzt hör auf, Mann Wieso bin ich so klein, Alter? Ach, schade Jetzt Wir haben einen Sos-Dach Ein Sos-Dach Weiter geht's Wir sehen eine Druckplatte dort unten Und wir sehen einen Block Jetzt haben wir zwei Blöcke Wieso schrumpfe ich? Ich schrumpfe! Riefe! Wieso schrumpfe ich? Wieso bin ich riefe? Alter, ich nehme das Spiel ein bisschen zu sehr auseinander Ich auch Ich habe das Gefühl Ich habe das Gefühl Wenn du das Gefühl hast, dein Sos-Dach Wieso Ihr Sos-Dach Ihr Sos-Dach Wieso 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 Oh, dann musst du jetzt Rüberschmeißen Schmeiß die Nanna drüber Ja, alle Huuuut Alle Okay, da links Ungefog Da ist er da vor uns So WTF Nein, da drüber Hey 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 Huuuut Hey Hey, komm zurück Hey, what the fuck Hey, tschau Tschau Geh durch den Durch das Zu diesem Notausgangsschild Ich komme von der anderen Seite. Ah, du bist da! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich gehe kurz runter. Ich sehe das. Shit. Mach's riesig. Mach's riesig. Ja, das ist doch schon ein bisschen grösser. Nein, es muss auf beiden drauf sein. Ja, wir machen den dauernd. Einfach dauernd. Stand by for polite recognition on your completion of the Somna-Sculpt-Orientation. You did it. Er kann doch noch. Maximize the time allotted for your therapeutic journey. Please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Was soll das? Mach auf. Gang durch sie durch. Gang durch die Türen. Ah, holy shit. Warte, 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 warte. Hat es Leute in der Wand? Hat es Leute in der Wand? Okay. Boom, nimm mich mit. Ja, ja, man! Wir haben das Spiel durchgeheckt. Das ist eigentlich ein Dingle-Player-Game. Und wir machen das zu zweit. Dann würde ich sagen, du hast einen Käse. Ich nehme da mit, Jamie, du bist Käse. Nein, ich habe jetzt einen Alarmknopf gedrückt. Aber ja, Käse. Und das ist kein Schweizer Käse. Oh nein, ich weiss nicht, ich weiss nicht. Okay, tschüss. Bye, have a great day. Ich habe den Käse mitgenommen. Oh, jetzt auch. Oh, let's go. Ah, guten Morgen. Stell dir mal den Wecker ab. Bro, es ist 3 Uhr am Morgen. Was willst du von mir? Was stehen wir jetzt schon auf? Tschüss. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe hier ab ins Office gearbeitet. Oh, das ist nervig, nervig. Entschuldigung. Ja, ja, hallo. Ich habe eine Frage. Haben Sie schon bei Sedimeter kommentiert? Kurz, knackig, easy. Ja, aber ich habe alle Abfalls. Rechts oder links, Jamie? Rechts, hä? Ja. Ah, lass mich fühlen schon, fühlen schon. Sorry, mach mal fühlen schon. Wie der Wind in die Luft ausgeht, halt. Ja, warte, ich lebe raus. Komm! Oh! Hilfe! Nein, Jamie, das ist falsch! Lauf da da! Lauf da da! Nehmen wir nicht die Tore. Jetzt will ich Alarm und fühlen schon. Ah! Ah! Da ist die Türe. Bye-bye. Danke. Was haben wir denn da? Exit Temporary. Ei, 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 ei. Okay, der Ausgang ist weg. Viel löschen! Ich will viel löschen, wenn ich mal... Ich finde es cool, wenn ich... Jamie! 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 Ich glaube, der Gang hier nimmt dich auseinander. Jetzt hör auf mit dem, Alter! Halte den Gang! Der Gang ist ein Gang, wo alle Gang ist. Wow! Viel löschen! Feuralarm. Was ist die Feuralarm eigentlich? Das ist ein grosses Schild. Wo bist du? Hallo, ich lau... Ja, jetzt musst du es nicht wegnehmen! Jetzt bin ich extra ums Ganze rumgelaufen, dass ich könnte... Schaffst du das? Komm, ich muss dir helfen! Ich muss dir doch nicht helfen! Ja, das hat doch Ganges! Ja, komm, du schaffst! Eeeeeee! So, wir nehmen uns wieder nur das ganze Schild mit. Hallo! Mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Hallo! Hallo! And I'd like to talk to you about being special. So special in fact, that we have no idea where you are. Gut, vielen Dank! Bitte, du gehst! Weitere im Text! Okay, du gehst rechts und links! Ja, sieh! Ja, also! Los, Jamie! Wow! Schau! 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 Wieso? Eigentlich habe ich das auch schon gedacht. Geh du jetzt wieder eine Linie an der Wand. Linie an der Wand. Gefolge! Dort ist Linie, dort ist Linie. Dann an der Tür ist Linie. Da ist... Da soll ein Tisch sein. Da ist ein Tisch Fuss. Da ist wieder ein Würfel. Und dann... Was muss ich machen? Ein Würfel. Der Würfel ist weg. Wo ist der Würfel? Da ist... Da in meinen Händen! Händen! Fülle Hände, Alter! Geh dann magisch wieder da hin platzieren. Hä? Hä? Äh... Was machst du mich? Bei mir ist kein Würfel da, oder? Du kommst jetzt da, aber ich habe keinen Würfel. Ah! Wo ist der Würfel? Ich nehme dich mit auf. Okay, komm zurück. Komm hinter mich. Ja, dann komm einfach hinter mich. Ich habe auch nichts dafür, dass bei dir das Spiel rummeldet. Ja, dann nimm mich mit. Ich gehe hoch. So. Ah, what the... Oh mein Gott, hast du mich jetzt auseinandergenommen. Ich stecke im Boden, oder? Geh dann müssen wir weiter hoch. Easy. No shit. No problemo. No bueno. Okay. Okay. Kannst du mich jetzt auch gleich auf? Hey, hey, hey! Ah, da ist die Tür! Oh, da ist eine Tür. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'm just popping in, to give you a quick update on where you are. We still don't know. But, please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are lost. Ja, da wir komplett lost sind, gehen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Ich finde es auch beruhigend, dass du die ganze Zeit we don't know where you are. Ich will da mal sagen. Sehr gut. Jetzt musst du irgendwas in die Schachtfigur. Ah. Ah. Ah, ich habe chillig. Ganz chillig. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Cool, vielen Dank. Will all of this work... Dr. Pierce sehen? Absolutely. So, Feuer löschen. Hat keine Luft mehr. Ähm, was machen wir dann hier? Ohhhh. Wo ist bei dir da ein Vollmond gesehen? Okay. Mach mal gross, ich glaube ich weiss was es ist. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant. As we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Ah, Gesellig. Spielmagie. Du gehst jetzt durch diese Türe dort. Bitte hör auf, du verpackst mich gerade. Das sieht nicht gut aus. Hallo, hör auf! Verpackst mich gerade durch die Türe, durch die Türe, durch die Türe, durch die Türe. Ah ne, also sag ich mal. Das ist ja komplett der Müll, was du da lachst. Tschüss. Ja, bye bye. Hallo. Ach, guten Morgen. Ah, scheiss weg. Jetzt haben wir vier, hast du gesehen. Entschuldigung. Haben Sie das Video schon geliked? Fast, komm, die zing, 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 zing. Okay, weiter geht's ab durch der Lugang. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnascult therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Cool. Und jetzt? Jetzt gehen wir Kobachi Go Dollar BYE! Go BITTE! НАI, da ist ein Würfel. НАI. Da ist ein Würfel. masıs falei, H rebellier sors shiny and to get answered, Hol die Würfel jetzt WAAB BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABV Ehe zu groß. Bada, ä här, À, Parks, Parks, Parks. Was ist hier los? Mann, jetzt lass doch den Würfel stehen. Jetzt lass den Würfel einfach stehen. Bitte, Gott. Hier ist noch ein weiterer Würfel. Au! Ich weiss nicht, was du machst. Hier oben, tschüss. Nein, nein. Du wusstest gerne, wie es da aussieht. Ich springe runter. Ich springe runter. Oh. Hallo. Was ist für ein Geschenk für euch? Eine Figur. Oh, ich sollte mal schauen. Boom. Es ist nichts. Tschüss, Bruder. Wo bist du eigentlich? Ich bin weitergegangen. Wo bist du eigentlich? Ich nehme unseren Bruder mit. Bist du schon an der großen Cola-Dose vorbei? Hier sind vier Würfel am Boden. Bist du da schon gesehen? Äh, warte, warte, warte. Wo bist du? Ah, du bist dort. Ich bin schon viel weg. Hey, was meinst du, dass du das rätst einfach durch? Sorry. Also, wieder geht's. Das nimmt mich auseinander. Dann will ich hier mal sagen, geht's da oben. Ganz wieder. Alarm. Was ist das? Ach Gott. Was ist das? Ach komm. Mach nicht diese Schweine. Ist das das oder weiß nicht, oder weiß nicht. Wunderbar. Sie ist echt da oben. Ist das? Ja, wie ist das? Das ist das? Das ist. Ich sage mal, das ist es. Nein, wir sind nicht hier. Nein, wir sind hier. Das habe ich heute noch nie gesehen. Der ist was Neues. Hat er gesagt, was Neues? Wieso bin ich in dieser Box? Das ist der Gang. Dann müssen wir wahrscheinlich... Schau, du hast etwas geschrieben. Also Jamie, schau. Schau, schau, schau. Das ist so ein Irgendwas-Dogramm. Wir sind jetzt auf der dritten Stufe. Und es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. Das heisst, die nächsten 5 Stufen machen wir im nächsten oder in den nächsten 2 Videos. Holy shit. Das ist doch mal eine gute Idee. Und nehmen dann unsere Kieren wieder auseinander. Das tut gut. Wir laufen hier noch einen Lift rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Guten Morgen, guten Mittag. Ich wünsche euch auch. Ich sag das mal tschüss. Schönen Abend. Bye bye. Xin联 copyright isskart nerg scheduled für die ح Legion. Xh Video. S Views Nossa Untertitelung des ZDF für funk, 2017